Die hinduarschen Sprachen bilden eine Unterfamilie des hinduianischen Zweigs der indogermanischen Sprachfamilie. Die insgesamt über 100 heute gesprochenen hinduarschen Sprachen haben rund eine Milliarde Sprecher vorwiegend in Nord- und Zentralindien, in Pakistan, Bangladesch, Nepal und auf Sri Lanka und den Malediven. Zu den wichtigsten hinduarschen Sprachen gehören Hindi-Urdu, Bengali und die klassische Sprache Sanskrit. Auch das von den Roma in Europa gesprochene Romani zählt zu den hinduarschen Sprachen. Mit den vor allem in Südindien gesprochenen dravidischen Sprachen sind die hinduarschen Sprachen nicht verwandt. Doch haben sie durch jahrtausende langen Sprachkontakt zahlreiche gemeinsame Merkmale entwickelt. Beziehungen zu anderen Sprachen Die hinduarschen Sprachen bilden einen Unterzweig der indogermanischen Sprachfamilie, zu der auch die Mehrzahl der in Europa gesprochenen Sprachen gehört. Andere Zweige der indogermanischen Sprachfamilie sind etwa das griechische, die romanischen, slavischen oder germanischen Sprachen. Somit sind die hinduarschen Sprachen, wenn auch entfernte, Verwandte des Deutschen. Spuren dieser Verwandtschaft lassen sich bei den modernen Sprachen nur noch an einigen wenigen Wörtern auf den ersten Blick erkennen. So lautet das bengalische Wort für Name, Nam, das Hindi-Wort für Neu ist Naya und die Kuh heißt auf Maratigau. In anderen Fällen wie Englisch Wil und Nepali Kaka ist der gemeinsame Ursprung, wenn gleich vorhanden. Nur durch komplizierte Etymologien nachvollziehbar. Für einen Großteil des Wortschatzes und insbesondere der Grammatik der modernen indogarischen Sprachen lässt sich indes gar keine Entsprechung in den heutigen europäischen Sprachen finden. Zwischen im Altertum gesprochenen Sprachen wie dem Sanskrit und dem Lateinischen oder Altgriechischen sind die Übereinstimmungen hingegen weitaus Größer, sowohl was den Wortschatz als auch die Morphologie angeht. Man vergleiche hierzu Formen wie Sanskrit-Dantam und Latein-Dentim, den Zahn oder Sanskrit-Aparan und Altgriechisch-Epheron, sie trugen. Die Erkenntnis der Verwandtschaft des Sanskrit mit den Sprachen Europas war maßgeblich für die Entwicklung der vergleichenden Sprachwissenschaft. Der Engländer William Jones hatte während seiner Richtertätigkeit in Kolkata Sanskrit gelernt und postulierte 1786 als erster die Verwandtschaft des Sanskrit mit dem Griechischen, Lateinischen, Gotischen und Keltischen. Auf dieser Grundlage begründete der deutsche Sprachwissenschaftler Franz Bob die historisch vergleichende Disziplin der Indogermanistik. Dass die modernen indogarischen Sprachen mit Sanskrit verwandt sind, erkannte man erst später. Schoss nun aber gewissermaßen über das Ziel hinaus und hielt auch die dravidischen Sprachen für Abkömmlinge des Sanskrit. Erst Robert Keltwell erkannte 1856 die Eigenständigkeit der dravidischen Sprachfamilie. Innerhalb der indogermanischen Sprachfamilie stehen die indogarischen Sprachen den iranischen Sprachen, zu denen unter anderem Persisch, Kurdisch und Partjunisch gehören nahe, welche von einigen Linguisten auch als iranwarische Sprachen bezeichnet werden. Auch hier zeigt sich die Verwandtschaft bei den ältesten Sprachformen am deutlichsten. Im Altpersischen, der Sprache der achemenidischen Großkönige und dem Sanskrit sind viele Wörter wie Daiva und Deva, Gott, Bumi und Bumi Erde oder Aspa und Answa, Pferd nahezu formengleich, während die modernen Sprachen sich auseinanderentwickelt haben. Man fasst die indogarischen und ianischen Sprachen unter dem Zweig der indogianischen Sprachen zusammen. Zu diesen gehört außerdem als separater Unterzweig noch die zahlenmäßig kleine Gruppe der in Afghanistan und Pakistan gesprochenen Nuri-Stani-Sprachen. Die Stellung der ebenfalls im äußersten Nordwesten des Subkontinents verbreiteten datischen Sprachen innerhalb des indogianischen ist unsicher. Während man sie früher entweder mit den Nuri-Stani-Sprachen zusammenfasste oder als eigenständigen Zweig ansah, hält man sie heute für eine Untergruppe der indogarischen Sprachen. Südasiatischer Sprachbund Die indogarischen Sprachen teilen sich den indischen Subkontinent mit drei anderen Sprachfamilien, den hauptsächlich in Südindien verbreiteten dravidischen Sprachen, der kleineren Gruppe der in Mittelindien verstreuten Munta-Sprachen und den tibeto-birmanischen Sprachen am Nord- und Ostrand des Subkontinents. Mit diesen Sprachfamilien sind die indogarischen Sprachen nicht genetisch verwandt. Doch haben sie sich durch jahrtausende langen Sprachkontakt in Wortschatz, Morphologie und Phonetik gegenseitig stark beeinflusst. Aufgrund der zahlreichen gemeinsamen Merkmale kann man diese Sprachen zu einem südasiatischen Sprachbund zusammenfassen. Vor allem die Wechselwirkung zwischen den indogarischen und dravidischen Sprachen ist beachtlich gewesen. Wobei die dravidischen Sprachen in großem Maße Wörter aus dem Sanskrit übernommen haben. Während sie selbst einen starken strukturellen Einfluss auf die Phonetik und Syntax der indogarischen Sprachen ausgeübt haben. Sprachgeschichte Die indogarischen Sprachen können auf eine Sprachgeschichte von fast vier Jahrtausenden zurückblicken. Man teilt sie in drei historische Stufen ein. Alt-Intoarisch, Mittel-Indoarisch und Neu-Intoarisch Die seit etwa 1000 N. CHR Bis heute gesprochenen indogarischen Sprachen Als Mitglieder der indogermanischen Sprachfamilie stammen die indogarischen Sprachen von einer angenommenen indogermanischen Ursprache ab. Die wohl im vier, oder drei, Jahrtausend V. CHR In den Steppen Südrusslands gesprochen wurde. Von der indogermanischen Urbevölkerung spaltete sich eine Gruppe ab. Die sich selbst als Arya bezeichnete und die eine Vorstufe der indogarischen Sprachen sprach. Nachdem sie sich vermutlich eine Zeit lang in Bakterien aufgehalten hatte, teilte sie sich um 2000 V. CHR In einen ianischen und indogarischen Zweig auf. Die Iraner ließen sich im Nord- und Westiran nieder, die Indogarier wanderten wohl um 1500 V. CHR In mehreren Wellen auf den indischen Subkontinent ein. Der älteste sprachliche Hinweis auf die Indogarier stammt indes aus dem heritischen Mithani-Reich im Norden Mesopotamiens und Nordosten Syriens. Im 16. – 13. Jahrhundert V. CHR sind einige der Thronnamen der mitanischen Könige vermutlich indogarisch. Götter wie den Dara und die Mirdras werden in einem Vertragstext erwähnt. In einem Lehrbuch der Pferdehaltung, das der Mithani-Kekuli im 15. Jahrhundert V. CHR In hittitischer Sprache verfasste, finden sich einige aus dem Indogarischen entlehnte Fachbegriffe. Diese frühindogarischen Sprachspuren im Westen Vorderasiens verschwanden nach dem Untergang des Mithani-Reichs wieder. Die altentuarische Phase beginnt mit der Einwanderung der Indogarier nach Indien im 2. Jahrtausend V. CHR. Diese fand wohl in mehreren Wellen über einen längeren Zeitraum statt. Nach und nach breiteten sich die Indogarier in Nordindien aus und verdrängten dort die Sprachen der Urbevölkerung. Nicht jedoch ohne von deren Substratwirkung beeinflusst worden zu sein. Vieles spricht dafür, dass die Dravidischen und Munta-Sprachen einst in einem weit größeren Gebiet gesprochen wurden, bevor sie durch die indogarische Expansion nach Südindien bzw. die unwegsamen Berg- und Waldgegenden Zentralindiens zurückgedrängt wurden. Die in Indien populäre Sichtweise, die Indogarier seien in Indien autochton gewesen und hätten dort bereits die Indiskultur begründet, ist aus wissenschaftlicher Sicht zu bezweifeln. Als altentuarisch oder altindisch fasst man das Vedische und das klassische Sanskrit zusammen. Das Vedische, die Sprache der Vedaschriften, ist die frühest überlieferte indogarische Sprachform. Die Datierung der lange Zeit nur mündlich überlieferten Texte ist unsicher. Die ältesten Hymnen des Rikveda dürften aber kurz nach der Einwanderung der Induaria nach Indien Mitte des 2. Jahrtausends v. chr. entstanden sein. Das Vedische stellt eine acharische Form des Sanskrit mit einem größeren grammatikalischen Formenreichtum und einigen Unterschieden in Phonologie und Wortschatz dar. Die Unterschiede zum klassischen Sanskrit entsprechen etwa den zwischen der Sprache Homers und dem klassischen Altgriechischen. Die Sprache der Brahmanas und Sutras ist eine Zwischenstufe zwischen Vedisch und klassischem Sanskrit. Um das Verständnis und die fehlerfreie Rezitation der heiligen Texte sicherzustellen, entwickelte sich in Indien früh die Wissenschaft der Phonetik und Grammatik. Diese fand im Wert des Panini ihre Vollendung. Um 300 v. chr. kodifizierte dieser in seiner Grammatik die Sprache der gebildeten Oberschicht. Das einfache Volk sprach zu dieser Zeit bereits mittelinduarische Idiome. So steht die Bezeichnung Sanskrit auch im Gegensatz zum Begriff Prakrit, mit dem man die mittelinduarischen Sprachen zusammenfasst. Paninis Grammatik wurde normativ für das klassische Sanskrit. Somit wurde Sanskrit als Literatursprache in einem ach-arschen Stadium konserviert und existierte ähnlich wie Latein im mittelalterlichen Europa. Über einen langen Zeitraum parallel zu den mittelinduarischen Sprachen als Sprache der Religion und Gelehrsamkeit. Diese Stellung hat das Sanskrit in abgeschwächter Form bis heute behalten können. Die indische Verfassung erkennt Sanskrit sogar als eine von 22 Nationalsprachen an. Die Blütezeit der Sanskrit-Literatur fällt in die Mitte des 1. Jahrtausends in chr. Das bedeutet, dass etwa ein Dichter wie Kalidasa, der wohl im 5. Jahrhundert lebte, seine Werke zu einer Zeit schrieb, als Sanskrit längst keine gesprochene Sprache mehr war und sich an die Regeln eines Grammatikers hielt, der 700 Jahre vor ihm gelebt hatte. Anders als die Laut- und Formenlehre war die Syntax aber durch Panini kaum reglementiert und konnte daher unter dem Einfluss der mittelinduarischen Spracheneigenarten entwickeln, die in den frühen Stufen des alten Dwarischen unbekannt waren. Charakteristisch für das klassische Sanskrit sind die Bevorzugung von Passivkonstruktionen und die Bildung riesiger Kompositor mit bis zu 20 Bestandteilen. Die mittelinduarischen Sprachen entstanden schon ab etwa 600 v. chr. aus dem Altentuarischen. Da die gesprochenen Formen des Altentuarischen keineswegs einheitlich waren, ist die oft geäußerte Aussage, bestimmte mittelinduarische Sprachen seien aus dem Sanskrit entstanden, irreführend. Kennzeichnend für die Entwicklung vom Alt- zum Mittelinduarischen ist eine Vereinfachung der Formenlehre und der lautlichen Gestalt der Wörter. Es sind mehrere mittelinduarische Idiome überliefert, für die man oft den Oberbegriff Krakrit verwendet. Die ältesten Sprachzeugnisse des mittelinduarischen und zugleich die ältesten Schriftdenkmäler Indiens sind die in einer Reihe regionaler Dialekte, abgefassten Edikte Kaiser Ashokas aus dem 3. Jahrhundert v. chr. Sie sind in Steininschriften in der Brahmi-Schrift aus verschiedenen Teilen Indiens überliefert. Die reformerischen Religionen des Buddhismus und Jainismus bevorzugten für ihre Schriften Prakrit. Auch in der Kunstdichtung kamen stilisierte Formen der Prakrits zum Einsatz, teils parallel zum Sanskrit. Das klassische Sanskrit-Drama etwa ist mehrsprachig. Die Protagonisten sprechen Sanskrit, Frauen saurasen die Prakrit. Komische Charaktere Magadhi-Prakrit und die lyrischen Lieder sind in Maharashtri-Prakrit verfasst. Die mittelinduarischen Sprachen lassen sich in drei Phasen einteilen. Die früheste Phase verkörpert Pali als Sprache des Hinayana-Kanons und zahlreicher anderer buddhistischer Literatur die wichtigste mittelinduarische Literatur-Sprache. In buddhistischen Ländern wie Sri Lanka, Burma und Thailand gilt Pali als klassische Sprache. Die späteren Prakrits werden in einen westlichen und östlichen Zweig unterteilt. Die Hauptform des westlichen Prakrit, Sauraseni, war im Gebiet der Flüsse Ganges und Jamuna verbreitet. Es war zudem der Standard-Prakrit des Dramas und die Sprache einiger Jainer Texte. Zum östlichen Prakrit gehörte Magadhi die Sprache des Landes Magadha im heutigen Bihar. Es wurde auch zur Charakterisierung niedriger Klassen in Sanskrit-Dramen verwendet. Geografisch wie sprachlich nahm das in Kosala gesprochene Adamagadi eine Zwischenstellung ein. In Adamagadi ist der frühe Jainer-Kanon abgefasst. Mit ihm verwandt war Maharastrit der Vorläufer des heutigen Marathi. Es wurde vor allem als Sprache der Poesie verwendet, so auch für die Lieder der Sanskrit-Dramen. Phonologisch stellt es den fortschrittlichsten Dialekt der mittleren Phase dar. Außerhalb Indiens ist das Niyaprakrit in Handschriften aus dem 3. minus 7. Jahrhundert als Verwaltungssprache induarischer Gruppen im heutigen Osttürkischstand belegt. Mit ihm verwandt ist das etwas ältere Gandhari, die Sprache induarischer Kodan-Manuskripte aus dem 1. Jahrhundert. Um die Mitte des 1. Jahrtausends bildete sich die nächste Stufe des Mittelinduarischen heraus, die man Apaphramsha nennt. Der Begriff wird generalisierend für alle induarischen Dialekte der späten mittelinduarischen Phase verwendet. Das Apaphramsha ist grammatikalisch noch weiter vereinfacht als die Prakritz und stellt bereits eine Übergangssprache zum Neuinduarischen dar. Die wichtigste Literatursprache dieser Periode war das Nagara Apaphramsha. Daneben existierten mehrere regionale Apaphramshas, die bereits Vorläufer der heutigen induarischen Sprachen darstellen. Singalesisch stellt einen Sonderfall dar, da die Singalesen schon um 500 v. chr. Ab dem 1. Jahrhundert v. chr. ist ein singalesisches Prakrit in Inschriften überliefert. Die singalesische Entsprechung zur Apaphramsha-Phase ist elu. Der Übergang vom Mittel zum Neuinduarischen fand etwa 900-1100 n. chr. statt. Diese Phase ist schlecht dokumentiert, die ersten Texte in Neuinduarischen Sprachen treten erst recht spät auf. Aus dem 12. Jahrhundert sind eine kurze Inschrift in Marathi und eine Glosse in Bengali überliefert. Das älteste literarische Werk in Marathi entstand 1290 in Gucerati 1394 und in Urdu um das Jahr 1400. Vom alten flektierenden Sprachbau sind nur noch Rudimente vorhanden. Stattdessen setzt sich die analytische Struktur durch und einzelne Sprachen entwickeln periphrastische und agglutinierende Formen. Dabei sind die westlichen Sprachen generell konservativer als die östlichen. Besonders viele acharische Elemente haben die datischen Sprachen erhalten. Vor allem im Bereich des Wortschatzes hinterließen die Herrschaft der muslimischen Sultane von Delhi und Mogulen, die Persisch als Hofsprache verwendeten und die britische Kolonialzeitspuren in den induarischen Sprachen. Geografische Verbreitung Das Hauptverbreitungsgebiet der heutigen induarischen Sprachen umfasst den nördlichen Teil des indischen Subkontinents etwa vom Indus im Westen bis nach Assam im Osten sowie vom Himalaya im Norden bis etwa zum 18. Breitengrad im Süden. Die induarischen Sprachen sind die größte Sprachfamilie Südasiens. 15 von 22 offiziellen Sprachen Indiens sind induarisch, 3 von 4 Indern sprechen eine induarische Sprache als Muttersprache. Auch in Pakistan, Bangladesch, Nepal, Sri Lanka und auf den Malediven ist jeweils eine induarische Sprache Amtssprache. Zentralindien Die offizielle Nationalsprache Indiens ist Hindi. Die Anzahl der Muttersprachler hängt davon ab, in welchem Umfang man benachbarte verwandte Sprachen bzw. Dialekte zum Hindi dazu rechnet oder als selbstständige Sprachen betrachtet. Im engeren Sinne hat Hindi über 200 Millionen Muttersprachler, legt man die erweiterte politische Definition der indischen Regierung zugrunde. Sind es 420 Millionen? Mit Zweitsprachlern wird Hindi von 500 Millionen Innen gesprochen, diese Zahl nimmt ständig zu. Die Hindi-Standardsprache beruht auf dem Hindustani, einer überregionalen Verkehrssprache auf Grundlage des Hariboli, dem Dialekt von Delhi und Umgebung. Es dient in den nordindischen Bundesstaaten Uttar Pradesh, Biha, Jakhand, Jethiska, Methua Pradesh, Rayans, Dendhajana, Uttarhand und Himaschal Pradesh sowie im Unionsterritorium Delhi als Amtssprache und wird von der Bevölkerung als Schriftsprache verwendet. In diesem zentralindischen Gebiet wird eine Reihe von nahverwandten, teils auch als Hindi-Dialekte klassifizierten Regionalsprachen gesprochen. Diese unterteilen sich in zwei Gruppen, Westhindi oder Westzentralindisch und Osthindi oder Ostzentralindisch. Aus politischen Gründen klassifiziert die indische Regierung eine Reihe weiterer Sprachen, die aus sprachwissenschaftlicher Sicht eigenständig sind. Zu verschiedenen Untergruppen des Induarischen gehören und teils sogar eine eigene Schriftsprache haben. Als Hindi-Dialekte, dies sind die Sprachen der ostindischen Bihari-Gruppe, die westindischen Rayans-Deni-Sprachen sowie im Norden die Gruppe der am Rand des Himalaya gesprochenen nordindischen Pahari-Sprachen. Diese Definition ist nicht linguistisch, sondern ausschließlich politisch motiviert. Ziel ist es, das Hindi zu einer wirklichen Nationalsprache auszudehnen. Allerdings beeinflusst Hindi als Medin- und Prestigesprache im zunehmenden Maße andere induarische Sprachen. Urdu, die Sprache der indischen und pakistanischen Muslime, und Hindi sind im Bereich der Alltagssprache nahezu identisch. Sie beruhen beide auf dem Hindustani und sind nicht einmal unterschiedliche Dialekte. Die Schriftsprache des Urdu unterscheidet sich aber durch einen hohen Anteil von Wörtern persisch-arabischer Herkunft und die Verwendung der arabischen Schrift. Trotz 65 Millionen Sprechern ist Urdu eine Sprache ohne territoriale Basis. Einen Großteil ihrer Sprecher macht die muslimische Stadtbevölkerung Nordindiens aus. Daneben ist auch in südindischen Städten wie Hyderabad ein als Dakini bekannter Urdu-Dialekt verbreitet. In Pakistan wird Urdu nur von einem kleinen Teil der Bevölkerung als Muttersprache gesprochen. Sie besteht aus Nachkommen eingewanderter nordindischer Muslime, die sich über das ganze Land verbreiteten, wirtschaftlich wie politisch sehr aktiv sind und fast ausschließlich in den Städten leben. Das Urdu etablierte sich bald als überregionale Verkehrs- und Bildungssprache und ist in Pakistan offizielle Nationalsprache, weshalb auch die Anzahl der Urdu-Sprecher stetig zunimmt. Zu den ostindischen Sprachen wird die oben schon erwähnte Bihari-Gruppe mit den Hauptsprachen Boypuri, Maitili und Magahi gerechnet, die in Bihar zwischen den zentralindischen Idiomen und dem Bengali gesprochen werden. Bengali ist die Sprache der indischen Bundesstaaten Westbengalen und Tripura sowie von Bangladesch. Einige der Bengali-Varietäten werden auch als eigenständige Sprachen klassifiziert. Nordöstlich anschließend wird Assamia im Bundesstaat Assam von 15 Millionen Sprechern gesprochen. Die Sprache des an der Ostküste Indiens gelegenen Bundesstaates Orissa ist Oria, das von 32 Millionen Menschen gesprochen wird. In den Wald- und Berggegenden Zentralindiens werden neben den nicht-induarischen Sprachen der Adivasi-Stammesbevölkerung Batri und Talbi zwei induarische Übergangsdialekte gesprochen. Marathi ist im nordwestlichen Dekan im Bundesstaat Maharashtra verbreitet und hat insgesamt 80 Millionen Sprecher. Nahverwandt mit Marathi ist Konkani. Das Amtssprache in Gua ist und außerdem im äußersten Süden Maharashtras sowie an der Küste von Karnataka und Kerala gesprochen wird. In den Stammesgebieten von Nord-Maharashtra, Ost-Gucjarat und Süd-Rayonsten spricht man Behili und Kandeshi, zwei induarische Sprachen, die früher als Gujarati-Dialekte betrachtet wurden. Das sich westlich anschließende Gujarati hat 45 Millionen Sprecher und wird im Bundesstaat Gujarat sowie von einem Teil der Bevölkerung Mumbai's gesprochen. Nördlich schließen sich die Sprachen Rayonstens an, die sogenannte Rayonsteni-Gruppe mit den Sprachen Mawari, Malvi, Bagri, Lemadi und Nimadi, jeweils 1 bis 2 Millionen Sprecher. Das Sprachgebiet des Sinti beginnt im Westen Gujarats und setzt sich jenseits der pakistanischen Grenze in der Provinz Sint am Unterlauf des Indus fort. Mit dem Sinti eng verwandt ist die Gruppe der westlichen sogenannt Panjabi-Dialekte, die auch als Landa-Gruppe bezeichnet wird. Von den Landa-Dialekten hat sich Siraiki als Schriftsprache durchgesetzt. Eine weitere westpanjabische Sprache ist Tintko. Insgesamt sprechen ca. 80 Millionen Landa, Hintko oder Siraiki. Das eigentliche Panjabi hat insgesamt 30 Millionen Sprecher und ist im Norden des pakistanischen Industrals sowie im indischen Teil des Panjab verbreitet. Dogri-Kangri wird im Gebiet von Jemmu im indischen Bundesstaat Jemmu und Kashmir gesprochen. Es wurde früher als Panjabi-Dialekt angesehen, gehört aber einem separaten Sprachzweig an und ist mittlerweile in Indien offiziell als eigenständige Sprache anerkannt. Nördlich des Hindi-Sprachgebiets wird Nepali von 16 Millionen Menschen gesprochen. Es ist die Nationalsprache Nepals und außerdem in Sikkim, Dajjiling und Teilen Bhutans verbreitet. Weitere wichtige nordindische Sprachen sind Gawali und Kumawani mit jeweils rund 2 Millionen Sprechern. Sie werden im Vorgebirge des Himalayas westlich des Nepali-Sprachgebiets gesprochen. Im äußersten Nordwesten des Subkontinents liegt das Verbreitungsgebiet der dhatischen Sprachen. Deren wichtigste ist das im Kaschmirtal gesprochene Kashmirim mit 4,5 Millionen Sprechern, die einzige dhatische Literatursprache. Die übrigen dhatischen Sprachen werden insgesamt von 1,2 Millionen Menschen im Hindukuschgebiet Pakistans und Afghanistans gesprochen. Räumlich vom restlichen indwarischen Sprachgebiet getrennt ist das singalesische. Es wird von der Mehrheit der Bevölkerung Sri Lankas gesprochen. Die Vehi, die Sprache der Malediven, hat 300.000 Sprecher und ist eng mit dem singalesischen Verwandt. Einen Sonderfall stellt Romani dar. Die in zahlreichen Dialekten über die Länder Europas und des vorderen Orients verstreute Sprache der Roma mit etwa 3,5 Millionen Sprechern. Verwandt mit dem Romani, zu dem auch die in Deutschland verbreitete Sinti-Sprache als Dialekt gehört, sind die ebenfalls außerhalb Indiens im Nahen Osten und Europa gesprochenen Idiome Domari und Lomavren. Als Folge neuerer Migrationsprozesse während der britischen Kolonialzeit werden indwarische Sprachen in größerer Zahl u.a. auch in der Karibik, Guyana, Südafrika, Mauritius und Fiji verwendet. In Fiji dient sogar eine Variante des Hindustani als Ansprache. Winter ist die in der Karibik, aber auch in der Karibik, die wir hier in der Karibik unterteilen. Untertitelung der Karibik, Guyana, Südafrika, Industrie, Schwer, Schwerung und Warte, Schwerung und Staterialien als Ansprache. Vielen Dank.